jetzt verstehe ich was sie ausgelegt ich sehe eine mine ich habe sie eben gesehen jetzt sehe ich sie nicht mehr und ich habe sie nicht mehr achtung ihnen im gebiet mehr ist ja nicht noch mal da rein springen ob ich da auch alles hier habe ist das hier noch was das also das ist schon ja das ist schon so aber wir gucken trotzdem noch mal ob wir jetzt alles haben siehst du da ist nämlich was wir sind alle drei was da wir sind piraten was ist da raumschiff aktivität auf die rücken ok hier und da waren wir dann ja auch schon glaube und da noch mal hin ich glaube das haben wir auch den haben wir auch ich würde sagen sieht so aus als hätten wir alles ich guck mal da ist noch was und dann ist er in da waren wir daraus schon oder ein unentdeckter ort da waren wir doch schon mal jetzt die anderen ist die andere seite das ist die andere seite das ist jetzt Auf der Seite. Zur Anweisung für alle Staffeln. Die Jäger sind bereits auf dem Weg. Achtung an alle Staffeln. Die Abfangjäger sind unterwegs. Sprengung in den Schuss. Ja. Wirklich, habe ich gar nicht gemerkt. Robin. Stimmt auch gar nicht. Okay. Sind getroffen. Alles klar. Also, wir abgenommen. Äh, das Schiff ist nicht hinter uns her, oder? Es ist eine imperiale Sturmkommelte. Solange es hier im System ist, können wir nicht springen. Wenn ich da lande, erkennen Sie sich auf der Stelle. Dann ist es nicht verstorben. Wir müssen Ihre Waffenschutzsysteme ausschalten. Das verschafft uns genug Spielraum zum Sprengen. Ach, das ist schon alles, ja? Das oder die Fliehen sind ja nicht. Deine Entscheidung. Wir sind Fliehen ausgelegt. Wird nicht, merke ich gar nicht. Ei! Ach komm schon! Beweg dich! Komm schon! Wir haben ein Gegner am Ende! Warum Generanz ganz überschritten? Ai, ai, ai! Die sind aber auch sauwendig, ey! Da hab ich ihn! Sie sind hinter mir! Ja! Zerstörliche Feuerleute stehen! Schild aufgefallen! Schild auf! Au! Die sind hinter mir! Achtung! Rakete! Verstanden! Schild auf rein! Das sind zu viele für uns! Linke Seite! Wir haben ihn geschossen! EML 850, das ist Schwergebiet! Drehen Sie unverzüglich ab! Ja, Mai, auch noch! O! Wenn ich da dritte... Aus! Langsam hast du den Drill raus! Naja, geht! Draußen treiben sich tief rum! das gott 50 ist nicht berechtigt sich in diesem gebiet aufzuhalten ja leute das sagt ihr was man nicht alles tut ist es nicht immer das gleiche 12 ok passt jetzt sind dann nur noch ein paar einfach zu spät gesehen das müsste der letzte schatz sein naja ja das war's wir werden getroffen verstanden einfach hierüber jetzt ich weiß ich weiß ja mal gucken ob wir uns gleich wirklich angreifen wie du schon sagst irgendwo so muss ich jetzt irgendwie noch warten oder sowas ansonsten festhalten genau mal mal Oh, wow. Der Zustand ist kritisch. Police. Eliminiert das Feuerleidsystem des Schiffs. Wir nehmen Schaden. Vorsicht. Ach, Mann. Sie können nach links. Schon dabei. 4-2. Wir werden getroffen. Aber ich habe auch keine Chance den Dingern auszuweichen. Ich habe einen Klick aus. Geht klar. Oh, ja, ja, ja. Alles klar. Wir stehen unser Beschluss. Eine Rakete hat uns erfasst. Haltet euch gut fest. Schaden ausgefallen. K, Primärziel. Feuerleidsystem. Sind getroffen. Das sieht nicht gut aus, K. Jetzt sind wir down. Linker Seite. Verstanden. Schaden aus. 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 die treffen uns geht wir hier ja er ist da Das war's für heute. Ai, 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 ai. Da kommt eine Rakete. Nun muss das Firelight-System des Schiffs angusieren. Die Spiegelung im Beschuss. Wir sind an der Linken. Wir sind getroffen! Wir stecken schwere Treffer ein. Schilde wieder aktiv. Oh nein! Wir haben den Schild verloren. Ruhm wieder. Wir werden getroffen. Oh! Achtung, Rakete! Wir haben meinen Gegner am Weg. Versuch das noch mal gegen. Die haben uns erwischt. Die haben uns erwischt. Die nehmen Schaden. Oh ja. Das ist das Schild. Ach guck mal, das kann ich ja auch. Oh Gott. Das vergesse ich total. Tut mir leid. Wo sind das Ding? Wir sind direkt hinter uns. Wir sind direkt hinter uns. Besteht nicht. Besteht nicht. Wir müssen das Firelight-System des Schiffs zerstören. Bestehen unser Beschuss. Wir haben den Schild verloren. Rechte Flanke. Ja, hab's verstanden. Was? Wir haben den Schaden. Ah, ja. Ah, shit. Ich versuch das noch mal, okay? Dann wirst du los. Ich muss mein Herz uns fast erwischt! Das war ein Treffer! Sauber oder Treffer? Wir treffen uns, okay? Nichts gut! Föne Rakete hat uns gefasst! Alles klar! Ja! Ja! Waffen sind überhetzt! Geht her mit der Koffein! Woah! Jawau! Nichts gut! Die Scheine sind unten! Wir werden getroffen! Ihre Waffen sind geaktiviert! Wir können springen! Oh! Verschwinden wir aus diesem System! Wir verlieren das Ziel! Kannst ihr nicht das System verlassen? Alter! Ich wollte auch einen Sprung machen, wieso springt der denn nicht? Ich fange den Hyperantrieb hoch! Boah, war das jetzt ein Kampf, ey! Das war kein Kampf los! Alter Schwede! Suche abgebrochen! So bevor sieع Hof ist! Sovon war das! Ach eine Angst war das wirklich! Sieломесь�� chance auf frågor und deshalb weicht. Ich hätte das Åhm aufgefahren. Und möchte kein сложiger Spieler machen. Ich habe auch この An feedsch kunst Hey, das sind Piraten. Dann sind das halt Piraten. Vorsicht, Kay. Minenverlust. Und jetzt alle leise. Dieser Ort ist vermied. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. sensor störe aktiviert man ruhig die falsche taste menschen macht euch bereit Alles klar! Das muss ich auch sagen, ist ja absolut nervig, ne? Dass diese Waffen so heftig schnell überhitzt sind. Ich bin beeindruckt. Noch mehr. Oh, fuck! Verloren! Echte Seite! Mach ich! Schäden aufgefallen! Ich hab meine Gegner, mein Häck. Ich hab meine Gegner! Du steigst? Sie sind getroffen. Wir sind aus donnerin. Wir sind Minen ausgelegt. Schon dabei! Uiuiuiui, Razi, danke für den Raid und willkommen, Freunde, willkommen, willkommen, willkommen. Alter Schwede.